Hallo und Tschüss, Rainbow Six Siege, wieder am Stizzl für euch, heute auf Clubhouse unterwegs. Tschüss, wir haben Startzeit. Wir zocken heute im Triple Squad zusammen mit Delta Barbossa. Hello. Ein wunderschöner Hakuna, mein Reis. Ich wollte natürlich Rein, ein wunderschön, hallo. Hallo, guten Rein. Äh, Fenrir, hallo. Also, ziemlich random Buns. Thatcher ist offen, Jekyll ist offen. Krass, oder? Also, das haben wir schon lange nicht mehr. Äh, ja, aber Thatcher ist auch eigentlich egal, weil Kite eh gebannt ist. Ah. Ähm. Hoppla. Ich finde gut, dass wir Asami gebannt haben, das war wichtig. Die kriegen die Scheiße eh auf, da ist alles egal. Einfach auch geben wir den Schirm. Hä? Das habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Das habe ich, glaube ich, nicht geklickt, aber okay. Ich bin mir nicht sicher, was ich geklickt habe, aber okay. Ähm. Na Garage ist eine Drohung. Könnte man hier jetzt gut die Steadicam gebrauchen. Hier vielleicht. Ja. Die Scheiße weg. Mich irgendwo Steadicam anbringen. Ah. Ja. Sehr schön. Nehm ich. Hier oben ist die Drohne. Hier ist noch nichts verstärkt, Leute. Nicht mal die... Oh, die Außenwand. Nicht mal die Außenwand ist Reinforced. Aber auf dem Spot trotzdem keine Reinforced ist mehr am Start. Das ist auch schon ein Bild. Nicht mal die Außenwand. All set. Nice. Genau so, wo wir das haben. Wo war das? Keine Ahnung. Warum ist hier denn... Andy Colts? ... eine Mira-Window, Alter. Ein Garage. Okay, dann push. Ich push in Garage rüber. Ja, da sind drei Leute, glaube ich. Haben sie dich gesehen? Wir sind hier. Oh, oh. Sind die schon oben, oder wie? Ja. In Serverraum jetzt. Construction haben sie gebreached von draußen. Die Construction sind die drinnen. Ich brauche Hilfe. Ja. Ich komme, ich komme. Pushe, pushe. Ich bin direkt hinter dir, Deko. Wo soll ich aufpassen? Ich passe all the way off. Immer noch Construction Slash. Ich bin jetzt am Window. Am Window? Ja, ist hier alles reinforced. Einen habe ich. Oh, schön. Oh, da drinnen, da drinnen. Infrastructure noch drinnen ist der Sledge. Links am Wind. Oh. Der hat mir gerade einen Nate in die Fresse geschmissen, ey. Nee, vor dem Breach ist keiner. Breach ist klar. Okay, sonst habe ich auch noch drei von meinen Geräten aktiv. Sehr schön. Alter, ich muss sagen, dafür, dass ich so hart in der Feuer war, die Kühle haben wir gesessen. Hast du gut aufgewandt, ja. Ein oder so hast du gemacht, ne? Ja, drei. Ding Dong. Ja, aber gut gespielt. Ja, ich nicht. Ich hätte gedacht, dass die Ash mich killt. Zizi, muss ich sagen. Aber so, diesmal geben wir mal Cashroom, oder? Ja, bitte. Ich meine, man muss aber auch sagen, immerhin haben wir den Spot gewonnen. Das spricht nicht. Das ist auch immer schon mal viel wert. Komm. Maestro. Kann ich mal wieder einen Jäger-Skin auswählen? Für den Intel. Let's go. Einen geilen Jäger-Skin habe ich hier. Oh, oh, oh. Warum Maestro, Junge? Okay. Okay, ist wild. Mal hier eine Steadycam hin. Wir machen mal zu. Proximity Alarm habe ich. Geil. Ich weiß nicht, ob ich einen Active Jäger haben. Das ist das Jäger-Gadget. Wir könnten jetzt auch unten natürlich Garage zumachen, ne? Das ist zu spät jetzt, oder? Eigentlich schon. Oh, mach hier mal zu. Höre Drohne, ich hab jetzt nicht. Ah, ich mach's nicht wohl mit meinem... ...belei. Ich werde von hinten wieder zumachen, wer doch immer abgehauen ist. Ja, mach ich rech. Oh, Garage sind sie draußen. Okay. Aber natürlich. Na, ich sehe hier schon einen Schatten. Irgendwann jetzt da. Mal los, lauf nochmal. Ja, der Duke lässt sich auch jedes Mal vom... ...Sledge killen. Oh, fuck. Garage, zwei Leute. Ja, Garage, zwei Leute, ja. Wow. Gerne wissen, wo die gerade in den Garage sind. Ja, ich auch. Ja. Okay, der Fletcher hat mich bekommen, ich ihn aber nicht. Ach, die hat... Ja, die... Der Planting. Planting behind the server. Nein. Digga, hab ich die echt nicht bekommen. Warum, wir sehen hier nicht auf, ey? Alter, da haben wir uns ja richtig hart gefickt, ey. Okay, die haben mich einfach durch den Rauch bekommen. Ja. Ja, dass die Garage so easy einnehmen konnten. Ja. Das war scheiße, ja. Ja, ich geh Garage runter. Ne, wollen wir nicht lieber nach unten gehen? Ja, ich bin schon. Wollte ich auch sagen. Das war so Schmutz. Das muss nicht nochmal sein. Warben worden, Nitro. Die ganzen Smokes haben mich gerade abgefuckt. Aber Glatz ist doch gebannt, also warum Smoke? Also, die sind halt durchgelaufen einfach da, ne? Ja. Also, Thatcher hat mich Icecat trotzdem da durch weggeknallt, ey. So ein kleiner Lackerl, ey. Ich hab gehört, dass sie geplantet haben und wollte den pushen, aber ein Garage hinter der Wand war schon Ash. Ah, ja. Kleine Snitches. Aber es ist auch hier, I have Collox, der macht halt alles, ne? Also, der Rest ist halt quasi nur anwesend. Den müssen wir rauskriegen. Das ist der Sledge, by the way. Das ist immer Sledgey. Ja. Zumindest die ersten, letzten beiden Runden. Ich hab noch zwei Aruni-Gadgets. Wo wollt ihr was haben? Gibt es irgendwo, wo ihr sagt, okay, da wär das schon ziemlich Knorke? Boah. Gute Frage. Tunnel vielleicht? Hast du da schon? Da hab ich schon einen, ja. Okay. Hat irgendwer die Hedges reinforced? Ja, hab ich. Noch nicht. Da ist noch Bluetooth und dann... Vielleicht aus Kitchen raus, weißt du? Das könnte man machen. Oh, meinst du, da komm ich jetzt noch rechtzeitig hin? Digga, da komm ich noch niemals rechtzeitig hin, ne? Sind wir in Gerritsch gejobbt? Ne, ne? Äh. Glaub noch nicht. Okay. Wir drohen gerade oben. Oben, ja. Jana, hab ich. Hedge tot. Nice, schön. Hä? Die Hedge in, in Storage ist offen. Ja, halt. Ich hör mal nicht auf, hab ich gerade gecallt. Hä? Hab ich gerade aufge- äh, gecallt, dass er die aufgemacht hat. Digga, dann muss die, ich... Hä? Ich hab so eine Kamera gar nicht... Hä? Warte, direkt bei mir close. Ja, direkt bei mir close. Bei Billard. Billard. Fuck ey, ich darf mich jetzt nicht bewegen. Nein, ich hab ihn nur angeschossen. Fuck, Alter. Beide nur angeschossen. Der Ace dürfte ganz gut Damage bekommen. Ja, genau. Vermeid und Ace. Ah, Möch. Wie gesagt, der macht das einfach, ey. Der steht da mitten im Gang. Du läufst, du rennst da lang, ey. So einfach. Ey, warum bist du? Ich bin da gar nicht jemand. Ne? Okay. Das ist auch für bei mir so aus. Sehr schön. Defuser down. Aber der Sledge macht das. Nein, nein, nein. In blue, in blue, in blue, ja. Ah. Nein, zu hoch. Oh, ey. Aber nice try. Oh, den Ace hätte ich bekommen müssen. Eine Runde der Defense nur. Ah, leider komme ich mit der Waffe von Aruni nicht so gut gleich. Ey, aber guck dir das an. Fuck, ey. Neun Kills. Ja, der carriert das ganz schön. Aber, wie gesagt, den müssen wir nur ausschalten und dann haben wir es. Deswegen nehme ich einen Intel Operator. Wir werden den jagen. Oh, ey, ganz ehrlich. Wir jagen den mit Jekyll, Alter. Ey, die Garde, dass ich einfach gerade nicht mitbekommen habe, dass der Termite die Hedge aufgemacht hat da oben, ne. Oh, ich war so sneaky, ey. Ey, das wären so geile zwei Kills gewesen und ich stanze beide aus, ey. Oh, ärgerlich, ey. Richtig ärgerlich. Das ist ein Gym, glaube ich. Das sind wir in der ersten Runde. Oh, da kann man von unten richtig geilen Granatenkill machen. Ja, also diesen Gym, das ist, also, ich fahre jetzt nicht hoch, aber das ist so nah, die Schüsse. Oh, dann würde ich schon fast nochmal auf den Nock wechseln wollen. Wenn die nicht Gym sind, dann fass ich ein Wesen. Ich nehme Nock. Dann hat irgendwer eine Camp. Eine Camp ins Stripclub. Ja, Construction ist aufgegangen. Der Hedge. Der hier. Hedge. Der hier, das Hedge. Ich muss auf jeden Fall von unten nochmal schauen, wie ich das Badezimmergranaten kann. Okay, hoch kann man. Haben sie Mute. Kein Mute. Kein Mute, okay. Echt gar nicht? Mach einfach mal ran, ne? Volltimer. So, ich gehe von unten rein, über Strip. Kann mir einer das Badezimmer markieren, wo das ungefähr ist? Wo Mira-Window-Badezimmer oder die Scheiße ist? Boah, ich weiß nicht, ob ich da eine Drohne hinkriege. Ja, da ist es mir auch noch. Okay, danke dir. Okay, bin ich getroffen. Sie stand genau in dem Fenster. Nein, das war ja nicht scheiße geworfen. Warte, man dürfte ja hier sein, ne? Hey, ach, das kann man gar nicht kaputt machen hier. Hä? Oh, und noch einer. Dockbar. Dock ist in der Bar. Der kommt gleich von hinten, Marvin. Von hinten? Oh, ja, erstmal. Ey, haben wir nicht ein Ton gekriegt? Hä? Ich wundere mich gerade, weil ich wurde mal von der Granate unten weggeklatscht. Hä? Da muss es vorm Re-Work gewesen sein. Ähm. Ich habe eine Drohne im Main-Entrance, wo oben geht richtig im Bar. Wo wollen wir reingehen? Main oder? Main? Oder wir können über dieses kleine Fetzer gehen. Bei der Lagerhalle hinten, weißt du? Das hier oder wie? Unter dem Breach, genau. Das Ding. Okay. Genau das. Dann müssen wir alle Warehouse, ne? Jo. Okay. Okay, dann mal schauen, ob das funktioniert, Alter. Einsatzgruppen. Formiert euch. Gone Six schon mal fertig machen und leiden. Scheiße, ne? Ja. Drei. Ja. 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 Blend, blend, blend. Los, 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 los. Marvin, du hast den Planter. Ach, ich hab den. Jawohl, mach ich. Los, los, los. Easy win, Digger. Digger, die schnellste Runde. Los, los, wo sind sie? Wo ist der letzte? Ja, hier, hier, hier. One, one, one. Stairs, stairs. Ich hab ihn. Ja. Geile Runde, Alter. Digger, richtig durchgeholgert, ey. Digger, es war eine 20 bis 40 Sekunden Runde. Ich glaub, das war die schnellste Runde ever, Digger. Easy. Digger, richtig weggeklatschte. Die standen da alle gerade und haben die Rücken zu mir gehabt. Digger, solche Runden funktionieren dann, ne? Das ist so random, Alter. Das ist dann einfach so der YOLO, der YOLO-Effekt, ey. Wenn die spielerisch irgendwie, wenn die einfach besser sind, so, dann überrascht sie. Willst du eigentlich mit Amaru reingeben? Oh, die sind oben. Ja, wo willst du unten reingeben? Ne, ne, also ist immer, kann ich ehrlich so sagen, das ist hier bei Construction. Da gehst du direkt durch das Fenster, was zu Stairs führt. Und dann rennst du direkt die Stairs runter. Digger, magst du noch Laien nehmen? Genau in dem Moment wieder Laien gerät, dann hört man das, glaub ich, nicht. Ich kann auch Laien nehmen und dann mit nem Sudoka, Digger. Äh, ne, Laien passt ganz gut. Danke dir. Okay. Ben, das wird die zweitschnellste Runde jetzt auf jeden Fall. Okay, ich brauche den, äh, jetzt bitte. Äh, Laien war, äh, 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 Orcs war in Bar. Ich renn, ich renn runter. Ich renn unten in Church. Er hat hier aufgemacht. Achso. Oh. Okay, sorry. Der geht nochmal nach oben. Der geht nochmal nach oben. Kann ich da auch irgendwo reingehen? Wo ist Jim? Mmh. Wo ist denn, da общем, Habe ich einen? 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 Wow! Okay, kam doch kein Call, aber nice! Lol, der hat das gerade aufgerissen? Achso, das habe ich nicht mitbekommen. Hä? Woher? Woher? Lol, lol, Digga, was? Weil ich den Scheiß noch hatte. Digga, nein, Verlängerung! Nein, warum haben wir... Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh nein! Okay, Jim, dann will ich da diesmal Mira nehmen, an der Stelle. Ich stelle mich einfach in den Eleby-Klon rein. Seien Sie, was wir gewonnen hatten, war CCTV, ne? Ah, ne, Jim, ich stelle mich so in den Eleby-Klon rein. Dann musst du aber auch genauso aussehen, ne? Ja, ich habe, glaube ich, keine Uniform an. Waffen-Skin, Reflex-Visier. Habe ich alles weg, alles weg. Echt? Ja, warte, ihr müsst nur gucken, ob ich eine Uniform habe. Ne, ne, Digga. Geil. Geil. Let's go. Okay, aber wohin? Könnt sich Server-Window hinstellen, aber erst nachdem die einmal da reingeschossen haben. Ja. Das wäre so typisch. Ah doch, hier müsste zerstörbar sein. Ja, aber... Okay, warte, 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 warte. Okay, komisch, dann habe ich das echt hart verkackt, ey. Okay. Sollen wir mal runter rennen. Ja, doch gerade runter, ich pieg das nochmal. Ja, okay, danke dir. Ja. Ja. Äh, da. Ja! Okay, das war schon ganz woanders, okay. Ich war hier im Badezimmer. Okay, da ist das, okay. Gut zu wissen, danke dir. Was geht, hier ist das? Okay. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin. Und, ja, ich bin. Kummer. Warte, warte. Uhplot. Okay. Warte, warte. Oh. Papier auf dem Dach Deko, rappelt noch mal einer hoch? Ich fick' euch Junge, ich kann hier die Scheiße aufmachen ne, falls da jemand rappelt, soll ich das mal machen? Wo? Der vor dem Breach. Ist da jemand? Breach ist aufgegangen gerade, ja. Da ist er wieder. Habe ich, er ist tot. Die Fuse ist sogar hier, wir können uns komplett umballern. Wo ist der? Markiert. Kommt alles zu mir? Mach alles zu, ich mach hier alles zu jetzt. Ging noch mal. Warte. Ja. Ja, das hat geklappt. Schön. Das war der Böse. Wir schaffen das. Digga, easy. Easy. Oh, das ist geil. Easy. Wo ist der letzte? Weiß nicht. Ich renne einfach. Wow! Ja, der ist hier schon im Gang, Leute, im Bedroom Hallway. Wieso ist da keiner von uns? Ach so, Leute. Ja, der ist wieder Bedroom Hallway. Passt auf. Ja, chill da, Diko. Ach stimmt! Der Diffuse ist ja oben! Ey, unten! Chill dich zurück, Diko. Chill dich zurück. Mach zu. Ja, ja. Mach zu. Alles zu. Richtig dreckig. Ja. Ja. 20 Sekunden. Ja, easy. Easy. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, ja! Digga, wenn wir das noch... Hast du wirklich so einen Kill gemacht? Ja! Digga. Der Blitz war am erfolgreichsten. Aber die haben gelernt und haben richtig viel Kapkan danach gespielt, ne? Also, da müssen wir echt aufpassen. Also, ich würde lieber Amaru gehen, glaube ich. Da bin ich flexibler. Nehme ich Duka. Alter Schwede, ey. Ah! Alter Schwede, ey. Digga. Was passiert hier, ey? Wie wir das umgedreht haben, einfach weil wir unseren Spielstil einfach komplett gedreht haben, ey. WTF, ey. Ich glaube, so spielen Profis auch. So schnell und so bam bam YOLO rein da. Keine Winkel halten, einfach rein da in die Olga. Einfach schnell peeken und rein. Ist ja, glaube ich, tatsächlich gerade so, dass... Man sagt, das ist gerade so eine Gun-Armeter. Member 6 ist gerade mehr irgendwie so ein bisschen Call of Duty mäßig. Oh, okay. Sind sie oben, sind sie oben? Ähm... Cache. Oh, ein Cache. Oh, äh... Hm, wo kann ich da denn rein yeaten mit Amaru? Ist eigentlich auch so eher ungeil. Einen Cache sind sie nicht? Echt? Dann sind sie Gym. Auch nicht. Warte. Dann sind sie, okay. Dann sind sie unten. Wollen wir nicht brechen? Oder soll ich die Banner mitnehmen? Ich YOLO einfach. Keine Banner mitnehmen. Keine Banner mitnehmen. Müsste die Headshots irgendwie aufkriegen. Oh, kein Doka Call jetzt? Oh, shit. Ich bin mit meinem Bildschirm. Alter. Jetzt zählt's, Jungs. Jetzt zählt's. Ja, ich beschütz dich da. Ein wenig... Ein wenig vorsehen haben. Okay. Ich mach einmal so. Ja, ich spiel jetzt auch wieder safe. Äh... Kitchen Hedge ist... Offen. Oh, oh mein Gott. Nooo... Warden im Blue unten. Unter der Garagenleiter. Ich hab da... Geh, geh, geh. Geh bitte. Geh bitte meine Cam. Oh, der ist tot. Der beste ist tot. Geh bitte meine Cam. Geh bitte meine Cam. Ja, geh meine Cam. Bitte. Construction. Markier mal, markier mal. Ehrlebei. Ist die? Ich seh die nicht. Hab ich. Schön. Nein, der hat mich. Hier, hallway, hallway, hallway. Push ihn. Fick ihn. Wer ist IQ? Okay. Keine Ahnung, wo der letzte ist. Oh, Blue, ne? In Blue, in Blue, in Blue. Blue. Also... Ah, ja, ja. Angefragt. Wollt ihr einfach ein Dings planten? Ja, da reingehen und plant. Bin ich durchgequichen. Kannst du... Nee. Kannst du durchspringen? Ah, schwierig, ne? Noch ne... Noch ne Drohne für mich. Ja, chill, chill, chill. Wait, 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 wait. Er drohnt auf. Ihr drohnt beide. Das ist auch cool. Er geht rüber. Ja. Dann könnt ihr jetzt eigentlich Dings gehen, ne? Und dann Dings, Dings, ne? Jetzt könnt ihr da reingehen. Genau. Planting. Cover me. Also, ja... Der Typ ist sehr nervös. Ja, Alter! Alter! Oh! Ey, wie cool! Digga, dass wir das Game gewonnen haben, Alter! Digga, wie, äh... Ey, ein paar Shorts, ein Stand rein, zwei, ne? Alter! Fucking Fighter! Auf jeden Fall, ein, zwei shortwürdige Situationen gehabt, ey! Alter, schön, ey! Wow! Ey, MPP, Milch! Aber, Kill auch, 8, 7, 7, 6! Ja! Also, tatsächlich auch am Ende wirklich alle gut dabei gewesen. Äh, gut, dass... Ich glaube, Milch war es gerade, das, äh... Oder, wer hat den, den Besten bei denen rausgeholt gerade? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass wir das noch gedreht haben, war einfach richtig, richtig Verwirrungstaktik, Alter! Richtig gut, ey! Oh! Ja! Ja, Muchachos! Kann man als Beispiel nehmen, einfach mal ein bisschen die Tactics umstellen, dann kann das funktionieren. Beschreibung auschecken, Nüsse sein poliert... Bis zum nächsten Mal reingauen. Bye, bye! Ciao, ciao!